Screenshots direkt in Word 2010 erstellen und einfügen In Office 2010 lassen sich nun Screenshots direkt einfügen, ohne den Umweg über eine Bildbearbeitungssoftware. Dies ist besonders praktisch, wenn man zum Beispiel gerade in einer Dokumentation über eine Webseite schreibt und schnell mal ein paar Screenshots davon einfügen möchte. Klicken Sie dazu auf die Registerkarte Einfügen und wählen Sie Screenshot. Alle verfügbaren Fenster werden in einer Miniaturvorschau angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Fenster mit einem Mausklick aus. Umgehend wird ein Screenshot des Fensters in Ihr Dokument eingefügt. Wählen Sie unter Zeilenumbruch die Option passend, um das eingefügte Bild verschieben zu können. Sie können den Ausschnitt aber auch selbst bestimmen. Dazu klicken Sie erneut auf Einfügen Screenshot und wählen diesmal den Eintrag Bildschirmausschnitt. Der Mauscursor mutiert zu einem Plus. Damit ziehen Sie nun einen Rahmen um den gewünschten Ausschnitt. Sobald Sie die Maus loslassen, wird der Ausschnitt in das Dokument eingefügt. Sobald Sie die Mausatsuatura zum Befugungen brauchen? Sobald Sie die M해-RE- appreciated über den ersten Blick auf die Bismissel – 떠�klicken. Sobald Sie die Tops 나서 der Eisentrale anliefern ausfügen. Schönen Sie das? Vielen Dank.